FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus War Marx Antisemit, das hatten wir letzten Monat zu Fragen gewagt, anlässlich der Behandlung seiner Rezension der Judenfrage von Bauer und einem Brief an Arnold Ruge, der noch einmal zitiert sei, weil er sowohl bei Befürwortern wie Gegnern der These eine Rolle spielt. Soeben kommt der Vorsteher der hiesigen Israeliten zu mir und er sucht mich um eine Petition für die Juden an den Landtag. Und ich will's tun. So widerlich mir der israelitische Glauben ist, so scheint mir Bauers Ansicht doch zu abstrakt. Es gibt so viele Löcher in den christlichen Staat zu stoßen als möglich und das Vernünftige so viel an uns einzuschmuggeln. Das muss man wenigstens versuchen. Und die Erbitterung wächst mit jeder Petition, die mit Protest abgewiesen wird. Ich hatte darauf hingewiesen, dass auch die Schrift zur Judenfrage keineswegs die Juden für das Geldsystem verantwortlich macht, sondern umgekehrt das Geldsystem für das damalige Judentum und hatte auch die Zusammenfassung zitiert, die Marx in der heiligen Familie brachte, wo er die These, die er vertritt, deutlicher vertrat. Auch hier spielte er in der Geschichte der Linken die Schrift zur Judenfrage keine so große Rolle wie unterstellt wird. Der Urvater des Revisionismus, Bernstein, schrieb ja auch eine Korrektur solcher Fehldarstellungen, die wir am Anfang der letzten Sendung zitierten. Auch Autoren wie Micha Brumlick, der es gerne immer allen irgendwie recht machen will, bis hin zu Zionisten und Antizionisten, zitiert die folgende Textstelle. Herr Bauer ahnt nicht, dass das wirkliche weltliche Judentum und darum auch das religiöse Judentum fortwährend von dem heutigen bürgerlichen Leben erzeugt wird und im Geldsystem seine letzte Ausbildung erhält. Man bewies, dass die Aufgabe, das jüdische Wesen aufzuheben, in Wahrheit die Aufgabe sei, das Judentum der bürgerlichen Gesellschaft, die Unmenschlichkeit der heutigen Lebenspraxis, die im Geldsystem ihre Spitze erhält, aufzuheben. Und sieht durchaus, dass Marx, wenn auch Brumlick das auf den Text der heiligen Familie beschränkt, sich auf das Judentum der bürgerlichen Gesellschaft bezieht. Wir hatten das ja auch am älteren Text gezeigt. Brumlick relativiert den Antisemitismusvorwurf oder nimmt ihn dahingehend zurück, dass er Marx für einen, wie es heißt, Judenfeind der Gesinnung nicht der Tat hält. Judenfeindschaft muss ja ohnehin nicht immer antisemitisch sein. Sie kann religiöser Natur sein, sie kann aber auch antireligiöser Natur sein. Wir hatten in den ersten Sendungen dieser Reihe ja schon auf die Wortgeschichte von Antisemitismus hingewiesen. Brumlick ist einer der wenigen, die auf den Artikel »Semitische Völker«, der erstmals 1865 als Eintrag im Rotteg-Welkischen Staatslexikon auftaucht, verweisen, wo allerdings semitisch noch gar nicht auf die Juden beschränkt war, sondern etwa die Araber mitmeinte, wenn auch schon die Tendenz bestand, dass damit hauptsächlich gemeint sind die Juden. Ich hatte ja daraus zitiert und auch den Autoren Gustav Weil vorgestellt, der unter anderem ja auch der Übersetzer der Märchen von Tausend und eine Nacht war. Worauf Brumlick nicht hinweist, ist, dass Weil Antisemitismus in einem ganz anderen Sinne meint. In der zweiten Sendung, die man ja nachhören kann auf freiesradionet, hatte ich die Textstelle verlesen, ein kleiner Auszug daraus, dass das Königtum unter den Juden ist, wie das Kalifat unter den Arabern, namentlich das Erbliche eine antisemitische Geburt. Und dann aber auch erwähnt, warum es dennoch etwas über die Begriffsgeschichte von Antisemitismus aussagt. Ich sagte, das hat hier zunächst nichts mit Antisemitismus zu tun, wie wir ihn heute verstehen. Aber es ist ja hier von Semiten die Rede und damit sind vorrangig eben doch die Juden gemeint. Ein Sprachgebrauch, der Semiten und Juden identifiziert, ist von hier auch verständlich. Dass Marx und auch Engels das Staatslexikon kannten, aber das ja später erst erschien, kann ich hier nur erwähnen. Aber Brumlick nimmt das auch nicht in dem Sinne, sondern stellt den Zusammenhang von Antisemitismus im Vormärz und zur Zeit der Reichsgründung dar. Da Brumlick auf den Zusammenhang von Marx und Willemar eingeht, sei wenigstens diese Textpassage zitiert. Da stellt sich also die Frage, waren also Bauer und Marx Antisemiten? Was war überhaupt politischer Antisemitismus? Wer waren die politischen Antisemiten? Einer seiner Begründer war Willemar. Marr 1819 bis 1904 war ein Anhänger Ludwig Feuerbachs und mit dem fast gleichaltrigen Karl Marx, der von 1818 bis 1883 lebte, gut bekannt. Marr, ein Bewunderer von Börne und Heine, wurde sechs Jahre nach Richard Wagner als Sohn eines Regisseurs in Magdeburg geboren und wie Richard Wagner zum politischen Emigranten. 1841 emigrierte er nach einer kaufmännischen Ausbildung ins freisinnige Zürich, wo er 1843 kommunistischer Umtriebe wegen ausgewiesen wurde. 1845 zurück in Hamburg wirkte er als politischer Publizist bei einem Satireblatt um 1848 als Anhänger und Vertreter der radikal-demokratischen Partei ins Frankfurter Paulskirchenparlament entsandt zu werden. Nach kurzem Aufenthalt in Mittelamerika, wieder in Hamburg, ging er die erste von vier Ehen ein, die ersten drei mit Frauen, die allesamt in irgendeiner Weise einer jüdischen Familie entstammen. 1862, im Alter von beinahe 50 Jahren, fiel er zum ersten Mal mit einer judenfeindlichen Publikation auf, als er im Kurier an der Weser den Präsidenten der Hamburger Bürgerschaft und Vorkämpfer der jüdischen Emanzipation, Gabriel Rieser, dafür attackierte, dass er wie andere Juden die Emanzipation, die Demokratie und den Liberalismus verraten beziehungsweise dazu missbraucht hätten. Um sich Macht und Einfluss zu sichern, 1879, acht Jahre nach Bismarcks Reichsgründung, erschien seine viel gelesene, nachgefragte, in zwölf Auflagen erscheinende Schrift »Der Sieg des Judentums über das Germantum«, vom nicht-konfessionellen Standpunkt aus betrachtet. Die von ihm 1880 betriebene Gründung der Antisemitenliege blieb letztlich erfolglos. Marrs 1880 publizierte Schrift »Goldener Ratten und Rote Mäuse« indes präfigurierte die spätere nationalsozialistische Paranoia von der doppelten Bedrohung durch Kommunismus und Kapitalismus mit dem Unterschied, dass Marr, anders als später die Nationalsozialisten, die Juden und das Judentum ausschließlich dem Kapitalismus zurechnete. Soweit Brummelig. Das ist auch ganz zutreffend, was er da schreibt. Die Nazis hatten ja auch den Kommunismus oder, was sie eher kannten, den Bolschewismus als jüdische Verschwörung bezeichnet. Da das heute immer noch geschieht und Marx bei manchen Nazis, seltener bei Linken, als Jude in herabwürdiger Weise traktiert wird, verknüpfe ich die marxische Biografie mit der Problematik, wie sein Verhältnis bis 1843 sich entwickelt hatte. Viele Dinge dazu finden sich bei einem linkskatholischen Autoren namens Albert Maschisek, der bis 1938 Nazi war, aber dann sich dem österreichischen Widerstand anschloss. Einige Dinge habe ich auch aus Hyam Maccoby, Antisemitism and Modernity, den amerikanischen Autoren. Maccoby stellt Marx in den Zusammenhang des jüdischen Selbsthasses, der sich ihm zufolge im Bezugsrahmen der Aufklärung und was wir ja auch dargelegt haben, der Religionisierung oder Konfessionalisierung des Judentums, die die innige Verknüpfung der Judenheit als Nation und Religion auflöste und die Juden sich als Weltbürger empfanden und mehr der Nation sich zurechneten, in der sie lebten. Wir kennen das ja auch aus dem Ersten Weltkrieg, in der viele jüdische Soldaten tapfer neben den Deutschen kämpften, wobei später die Nazis nicht allzu dankbar waren, sondern mehr Überlegungen anstellten, das vergessen zu machen, weil die Propaganda gegen die Juden, die als jüdische Soldaten gekämpft hatten, auch nicht ganz so gut ankam. Zur Zeit von Aufklärung und Vormärz jedenfalls herrschte so eine Art Assimilation oder Akkulturation vor und es gab Juden, wie Maccoby zeigt, die antisemitisch waren im Stil der Gesellschaft, in der sie lebten und der sie angehören wollten. Dass es so etwas bis heute gibt und es auch Juden gibt, die Israel ablehnen, das haben wir bereits in vielen Momenten aufgewiesen, sodass ich das hier auch nur erwähne, um den Zusammenhang des Ganzen meiner Darstellung herzustellen. Es ist ja auch so eine Art Spurensuche über Quellen und Ursprünge, linken Antisemitismus. Maccoby sieht allerdings für den jüdischen Selbsthast auch mittelalterliche Quellen, das heißt christliche, wie den Mythos der Juden als Christusmörder. Er spricht ja auch viel dafür, dass christliche Anti-Judaismus und Rassen-Antisemitismus wie Bamar einen engeren Zusammenhang haben, als diejenigen behaupten, die Anti-Judaismus und Anti-Semitismus als nahezu zusammenhangslos darstellen. In diesem Zusammenhang stehen ja auch Schriften, die ich bereits vorstellte, wie von August Rohling, der große Auflagen schon bis 1933 hatte. Diese Schrift hieß ja der Talmud-Jude und behandelte natürlich die damaligen Talmud-Verfolgungen. Affirmativ natürlich. Maccoby geht nun allerdings mit der Absicht, Marx Antisemitismus zuzuschreiben, auf die Assimilation der Familie von Marx ein. Was er sogar ganz zutreffend macht. Die Rabbiner-Familie hatte durchaus im Zeitalter der jüdischen Emanzipation Karriere machen können. Heinrich Marx, also Karls Vater, war ein erfolgreicher Rechtsgelehrter und wurde sogar Richter in der Zeit der napoleonischen Reformen. Nur gab es ein Problem mit der Reaktion, sodass er in Gefahr geriet, seine Position zu verlieren. Er konvertierte 1816 deswegen zum protestantischen Christentum, obgleich das Gebiet um Trier, wo ja Marx herkommt, von Katholiken dominiert war. Da könnte jemand spotten, dass er das tat, um die gewohnte Minderheitenposition aufrechtzuerhalten. Aber, wie wir hier anlässlich der Diskussion der Konfessionalisierung schon gesehen haben, geschah dies nach dem Vorbild des protestantischen Christentums. Auch in katholischen Gebieten. Karl, der Marx, wurde 1824 getauft und erhielt eine christliche Ausbildung, wobei er durchaus ein devoter Christ war, jedenfalls in seiner Jugend. Das bewahrte ihn auch davor, sein ganzes Leben lang als Jude betrachtet zu werden. Arnold Ruge oder Barkonin sahen das, wie wir gesehen haben, am Ende dann anders. Es gibt ja da eskalen gegen Marx von beiden. Insbesondere von seinen Feinden, aber auch solche in den eigenen Reihen, in der revolutionären Bewegung. Seinen rechtsextremen Gegner in das streben alle angebliche Mängel des Marxismus auf die Jüdischkeit Marxens zu. Masticex hatte auf über 600 Seiten allerdings gezeigt, wie sehr Marx von der jüdischen Tradition, mehr oder bewusstlos, bestimmt ist. Gerade auch als Kritiker der kapitalistischen Gesellschaft und dem bürgerlichen Staat. Markkobi beschreibt Marx als universellen Gebildeten, also wenn ich da Polymath richtig übersetze, der die ganze Palette von Philosophie, Geschichte und Wissenschaft drauf hat, mit einer Ausnahme und Lücke, das Judentum. Dass er das so sehr umschifft, nimmt Markkobi als Hinweis, auf Karl Marxens jüdischen Selbsthörst. Allerdings übersieht er auch, dass Marxens Bauer-Kritik sich mehr auf die bürgerliche Gesellschaft bezieht, die den Juden merkantieren Geist einläute. Bauer sah ja zunächst, wie wir gesehen haben, es nicht ein, dass religiöse Emanzipation Sinn mache. Wenn der Staat christlich sei und sah die Konversion als einen ersten Schritt an, weil ja die christliche Religion als vollendete Religion galt. Auch in dem hegelschen Sinne, dass Vollendung auch bedeutet, dass etwas also vollendet, das heißt tendenziell aufgehoben wird. Marx hatte diesen Hegelianismus-Bauers für zu simpel gehalten und kritisiert. Fries, der auch Hegel von seinem eigenen Judenhass weitgehend kurieren konnte, weil er allzu grob war, schrieb 1816 über die Gefährdung des Wohlstands und Charakter der Deutschen durch die Juden, eine Schrift, die den Antisemiten Rüß verteidigen sollte. Baute sie dann aber zu einer eigenständigen Polemik aus, in der von den Juden als, Zitat, fressenden Gewürm, Schacherteufel, Mäkler, Krämer und Trötlerkaste die Rede war. Die Juden seien nur kultiviert, sofern man bei ihnen durch Schacher reich werden konnte. Die Schrift, wo sich Hegel gegen Fries wendet, ist ja die Rechtsphilosophie, die Marx in der Zeit selber diskutierte. Da war Hegel bereits polemisch gegen Fries. Ich zitiere das einmal, das hat natürlich auch Marx gelesen. Ein Herrführer dieser Seichtigkeit, die sich Philosophie nennt. Herr Fries hat sich nicht entblödet, bei einer feierlichen, berüchtigt gewordenen öffentlichen Gelegenheit, in einer Rede über den Gegenstand von Staat und Staatsverfassung die Vorstellung zu geben, in dem Volke, in welchem echter Gemeingeist herrsche, würde jedem Geschäft der öffentlichen Angelegenheit das Leben von unten aus dem Volke kommen, würde jedem einzelnen Werke der Volksbildung und des völkstümlichen Dienstes sich lebendige Gesellschaften weihen, durch die heilige Kette der Freundschaft unverbrüchlich vereinigt und dergleichen. Den Zusammenhang von Judenfeindschaft des Fries und die zeitgleiche Konversion von Heinrich Marx dürfte Marx auch nicht entgangen sein. Markobi geht auf die Argumentation ein, nachdem Marx seine Aussagen zur Judenfrage auch auf Nichtjuden bezieht. Also die ganze Bourgeoisie verdamme und behauptet, dies seien ja Stereotype, die schon im Mittelalter verwendet wurden, die sich gegen Juden richteten, die in der Zirkulationssphäre gebannt worden seien, weil ihnen andere Berufe verwehrt wurden. Das verfehlt aber Marxens Aussage, dass es die bürgerliche Gesellschaft sei, die in seinen Augen Juden produziere, wobei er nur die in der bürgerlichen Gesellschaft meinen konnte. Beim späteren Marx findet man auch keine öffentlichen Aussagen über Juden, allenfalls dreckige Bemerkungen privater Natur über den jüdischen Nicker Lassalle beispielsweise. Der hatte Marx kein Geld leihen wollen und da war er wütend. Aber dass man dann über den jüdischen Nicker schwattroniert, ist eine andere Sache. Natürlich macht Marx aber noch lange nicht zum Antisemiten. Die Aneignung der politischen Ökonomie und ihre Kritik allerdings macht auch die Aussagen aus der Judenfrage, die bereits nicht die Juden für den Kapitalismus verantwortlich machen, unmöglich, weil ja die wirklichen historischen Gründe andere waren. Nur die Stereotypen der Jugendschrift bleiben dennoch erhalten, werden nur nicht mehr öffentlich diskutiert. 1862 schrieb Ludwig Philipsen, Herausgeber der allgemeinen Zeitschrift des Judentums über Wilhelm Marr und könnte auch junghegelianische Auffassungen wie die Bauers und Marxens mitgemeint haben. Hatten wir jüngst über den Judenhass der pietistisch-feudalen Partei und haben wir heute über den Judenhass der Atheisten und Roten zu sprechen, so beweist dies nur, dass die beiden Extreme in eines hinauslaufen und sich in Unterdrückung, Ausschließung und Tyrannei begegnen. Die einen feinden die Juden an, weil sie nicht mehr die Juden von Edem sind, die anderen, weil sie ihnen noch viel zu viel Juden sind. Im Hass und in der Feindschaft aber stehen sie einander gleich. Die einen wollen die Juden bürgerlich ausschließen, weil diese mit ihnen nicht gehen können, die anderen, weil diese mit ihnen nicht gehen wollen. Genau genommen muss uns der Hass der Roten willkommen sein und legt uns mehr Zeugnis für die Bessergestaltung unserer Verhältnisse ab, als die Gegnerschaft der Feudalen. Denn die Letztere erweist, dass wir noch immer unter Ausschließung und bürgerlicher Benachteiligung uns befinden, während die Roten uns erst dann zu bekämpfen anfangen, wenn sie uns im Besitze der bürgerlichen Rechte sehen und finden, dass wir durchaus nicht gesonnen sind, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen. Die Feindschaft beider Extreme gereicht uns zur Ehre, noch mehr aber die der Roten und Atheisten, denn die Feudalen sehen in uns Genossen der fachstämlichen Grundsätze und Rechte, die Letzteren aber Stützen und Träger der gesellschaftlichen Ordnung und der positiven Gotteslehre und Sittlichkeit. Wenn die Ersteren uns alle als Liberale verschreien, die Letzteren als Konservative, so mögen wir damit zufrieden sein, denn in ihrer Vereinigung zeichnen sie den wahrhaften Standpunkt des Judentums und der Juden, der liberal für die Prinzipien, der bürgerlichen Freiheit und Gleichheit, konservativ für die gesetzliche Ordnung, die Gotteslehre und die Sittlichkeit ist. Michael Brummlig übrigens bejaht, dass da auch Marx gemeint sein könnte und diskutiert auch diese Passage und stellt die Äußerung in den Kontext der bloß politischen Modernisierung der Gesellschaften der deutschen Länder infolge der französischen Revolution. Ich zitiere das mal. Tatsächlich traf Phillips und damit auch Positionen wie die von Bauer und Marx. Denn systematisch ging es bei Bruno Bauer zwei Schriften und Marxens Reaktionen in den deutsch-französischen Jahrbüchern um ein Problem der politischen Modernisierung der Gesellschaften der deutschen Länder im Gefolge der Entwicklung in Frankreich. Dort war zunächst mit der französischen Revolution von 1789 nicht nur die enge Verzahnung von Staat und Kirche aufgelöst worden, sondern auch nach der Machtübernahme Napoleons im Jahr 1806 eine religionspolitische Verfassung des französischen Judentums begonnen worden, die es zwar den einzelnen Juden überließ, ihren Glauben als Privatsache, als Konfession auszuüben oder nicht, als staatliche Feiertage, aber immer noch die christlichen Feiertage bestätigte. Unabhängig davon waren die Vorstände der Synagogen gehalten, sich in einem Rat dem hierarchisch geleiteten Konzestoire zusammenzuschließen. Abgesehen davon sahen die zivile Verfassung und das zivile Frankreich keinerlei Unterschiede mehr zwischen christlichen, jüdischen, agnostischen und sonstigen Bürgern vor. Die Ausübung der Regeln einer einzelnen Konfession galt nun als ein garantiertes, privat auszuübendes Menschenrecht. Mit der napoleonischen Besetzung einzelner deutscher Länder, zumal Westfalens und Hannovers, wurden diese Regulierungen auch in einigen deutschen Ländern durchgesetzt. In Preußen im Jahre 1812 in einem Emanzipationsedikt feierlich verkündet, um nach dem Sieg der Alliierten über Napoleon und der Restauration in unterschiedlichen Ländern wieder Schritt für Schritt zurückgenommen zu werden. Philippson war nicht der einzige Jude, der auf die Diskussion der Judenfrage reagierte. Einige bedienten sich auch als althegelianischer Diskurse, indem sie den christlichen Staat mit dem modernen Staat identifizierten. So zum Beispiel der Reformrabbiner Samuel Hirsch. Der war auch Marx bekannt. Im Landesherrn ist das Recht des Staates, schreibt Hirsch, der Weltlichkeit von der Kirche anerkannt. Der Staat ist also nicht mehr der von der Erbsünde Affizierte, sondern der Heilige und Gottgefällige. Der Ausdruck christlicher Staat erkennt es an, dass der Staat eine göttliche Anstalt, dass das Leben im Staate und für den Staat ein Heiliges ist, dass alle Verhältnisse des Lebens die wahre Geistigkeit ausdrücken. Wie ich die Konfessionalisierung im Sinne des Vorbilds des Protestantismus beschrieben habe, geht Hirsch sogar noch weiter, wenn er sogar behauptet, die Juden hätten im Grunde genommen ja für die Protestanten geblutet. Er schreibt, was ist uns denn der Messias anders als die Wirklichkeit des christlichen Staates, die Wirklichkeit des Reichs der Wahrheit und der Tugend auf Erden. Das geht dann ja schon sehr weit ins Christentum. In diesem Sinne natürlich nicht unter Annahme der Göttlichkeit Jesu, kann Hirsch sogar behaupten, dass die Juden im gewissen Sinne Christen sein können. Schließlich war Jesus ja Jude. Und da folgte er dann doch der hegelschen Staatstheorie mit dem Staat als Gott auf Erden. So heißt es dort, ist nicht nach der Lehre des Talmud das Leben im Staate und für den Staat das Leben im Recht und für das Recht bekanntlich die einzige wahre Definition des Staatslebens, göttliches Gebot allen Menschen anbefohlen und ist nicht daher nach ihm des Staates Recht und hebt alles andere ihm Widerstrebende auf? Unterwirft sich der Jude nicht? Auf diesen Grundsatz sich stützend? Freu dich heute schon der bürgerlichen und peinlichen Gesetzgebung des Staates und fällt es nicht ein, nach dem mosaischen Rechte beurteilt werden zu wollen? Wir wissen, wie sehr die Juden der Weimarer Republik so gern hätten Deutsche sein wollen. Davon hat Hitler sie, wenigstens hat es ein gutes Ansicht, nämlich Einsicht, kuriert. Aber ob nun was Hirsch sozusagen ex negativo zu Bau aus Emanzipationsverweigerung für die Juden sagt, Ja, den christlichen Staat, gebt uns! Das Gelbe vom Ei ist, würde wohl auch heute niemand mehr behaupten wollen. Wenn ich gehässig bin, könnte ich ja zynisch ergänzen und vielleicht dann auch noch den islamischen Staat? Das ist allerdings leider nicht so weit hergeholt, wenn man bedenkt, dass die Lieblingsjuden der Antizionisten, da sehr nah dran sind, sowas zu fordern und Holocaust-Leugnerkonferenzen im Iran frequentieren. Also dort, wo sich Glühende oder Eiskalte, wird ja noch weiterhin gerichtlich ausgetragen, Antisemiten wie Jürgen Elsässer ja gern aufhalten. Vorum erwähnte ich Philipps und Hirsch, Gabriel Rieser wäre noch neben anderen hinzuzufügen. Marx kannte die Auseinandersetzung dieser Juden mit Bauers, die Judenfrage, und er übernahm auch einiges in seinen Auseinandersetzungen mit Bauer, etwa in der etwas späteren Schrift Heilige Familie. Ich zitiere das im Kontext. Springen wir für einen Augenblick aus dem reinen geistigen Sozialismus in die Politik. Herr Rieser behauptet gegen Bruno Bauer, sein Staat, also der kritische Staat, müsse Juden und Christen ausschließen. Herr Rieser befindet sich im Rechte. Da Herr Bauer die politischen Emanzipationen mit der menschlichen Emanzipation verwechselt, da der Staat gegen widerstrebende Elemente, Christentum und Judentum werden aber in der Judenfrage, als hochverräterische Elemente qualifiziert, nur durch gewaltsame Ausschließung der Personen, die sie vertreten, zu reagieren weiß. Wie zum Beispiel der Terrorismus die Akaperation durch das Köpfen der Akapareus vernichten wollte, so muss Herr Bauer Juden und Christen in seinem kritischen Staat aufhängen lassen. Wenn er die politische Emanzipation mit der menschlichen verwechselte, so musste er konsequenterweise auch die politischen Mittel der Emanzipation mit den menschlichen Mitteln desselben verwechseln. Sobald man aber der absoluten Kritik den bestimmten Sinn ihrer Deduktion ausspricht, erwidert sie ganz dasselbe, was Schelling einst an Gegnern erwiderte, die an die Stelle seiner Phrasen wirklich Gedanken setzten. Dann zitiert er Schelling. Die Gegner der Kritik sind deshalb ihre Gegner, weil sie dieselbe nicht nur nach ihrem dogmatischen Maße nehmen, sondern selbst für dogmatisch halten, und sie bekämpfen die Kritik, weil sie ihre dogmatischen Unterscheidungen, Definitionen und Ausflüchte nicht anerkennt. Soweit Schelling. Dann Marx. Man verhält sich allerdings dogmatisch. Was für einen dialektischen Denker wie Marx zu diesem Zeitpunkt schon war, sieht man auch daran, dass Marx Riesers Argumenten gegen Bauer weitgehend folgt und dann aber ein ziemlich ironisches, zwar aber letztgültiges Urteil zu Bauer daraus herleitet. Aber Rieser dann doch auch noch was an Polemik abbekommt. Von derselben kritischen Tiefe wie diese Aufschlüsse über die Gesellschaft sind die Aufschlüsse, die Herr Rieser über das Schicksal der Nationen erhält. Die absolute Kritik gelangt von der Emanzipationssucht der Juden und von der Sucht der christlichen Staaten, sie in ihrem Gouvernement-Schematismus einzuruprizieren. Als ob sie nicht längst schon in den christlichen Gouvernement-Schematismus einrediziert wären, zur Prophezeiung über den Verfall der Nationalitäten. Man sieht, auf welchem komplizierten Umweg die absolute Kritik bei der gegenwärtigen geschichtlichen Bewegung ankommt, nämlich auf dem Umwege der Theologie. Wie großere Soldate sie auf diese Weise erhält, davon zeugt der lichtverbreitende Orakelspruch, Die Zukunft aller Nationalitäten ist eine sehr dunkle. Die Zukunft der Nationalitäten mag aber von wegen der Kritik so dunkel sein. Soweit Marx. Hirsch, Rieser und andere begnügen sich damit, im staatlichen Leben also politische Emanzipation die Erfüllung ihrer Wünsche zu sehen. Für Marx dagegen kann staatliche Organisation der Emanzipation nicht mehr als eine Durchgangsstufe sein. Ihm ging es also um politische und menschliche Emanzipation. Und da ist die Forderung des marxischen kategorischen Imperativs nicht so weit, dass man sie zitieren kann, was er unter menschlicher Emanzipation versteht. Nämlich, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Politische Emanzipation langt eben noch nicht. Bevor jemand auf die Idee kommt, das heute auf Israel beziehen zu wollen, es ginge Marx um eine weltweite menschliche Emanzipation. Wobei ihm sicher bewusst ist, dass er den urbürgerlichen Begriff der Emanzipation verwendet. Bei der menschlichen Emanzipation geht es ja durchaus um die Emanzipation auch von den Emanzipationen. In der Antike gab es ja die alte patriarchalische Emanzipation, der Entlassung aus der paternalen Gewalt, die allerdings auch nur eine um deren Fortführung willen war. Aus dieser Gewalt entlassen zu werden, aus dem Mangypium entlassen zu werden, woraus sich ja der Begriff Emanzipation, also Ex-Mangypium, gebildet hatte. Dass der Mensch zweimal geboren wird, zeigt sich auch hier am Begriff der Emanzipation, deren jede Sozialisation durchlaufen muss. Wir werden zweimal geboren, also biologisch einerseits, und dann an der Nabelschnur der Familie reifen wir der zweiten Geburt entgegen. Also der zweiten gesellschaftlichen Geburt. Das ist auch ein Bild für die menschliche Emanzipation, die im embryonalen Zustand uns zum sozialen Dasein befähigt, durch welches wir uns emanzipieren. Die gesellschaftliche historische Geburt. Mit der Judenemanzipation war es für Marx nun eine doppelschlechtige Sache. Man kann ihn auch in der innerjüdischen Diskussion um die Emanzipation verorten. Keineswegs war er, das lässt die Sozialisation in einer Rabbinerfamilie, die Konvertierte wohl auch kaum zu, in irgendeiner Weise Feind des Judentums, der Juden, die sich emanzipieren wollten. Wobei manche es ja auch mit der Assimilation oder Erdkulturation verwechselten. Wenn er an Ruge schrieb, und es ist ein Zitat, das ja jüngst auch Vera Lengsfeld gegen Marx ins Feld führte, also im Zeitartikel, wenn ich mich richtig erinnere, allerdings motiviert wohl doch mehr davon, dass die Stasi in ihrem Ehebett haust, wofür Marx nun wirklich nicht kann und ihn auch nicht zum Antisemiten macht, trotz seiner nicht gerade netten Bemerkungen über Juden, so werden diese allerdings damit auch nicht recht zu fertigen. Nietzsche sagte mal, Rechtfertigung sei Fertigung von Recht. Was ja hier passt. Nun nochmal das Zitat, das ich vorhin auch schon brachte. Soeben kommt der Vorsteher der hiesigen Israeliten zu mir und er sucht mich um eine Petition für die Juden an den Landtag und ich will's tun. So widerlich mir der israelitische Glauben ist, so scheint mir Bauers Ansicht doch zu abstrakt. Es gilt so viel Löcher in den christlichen Staat zu stoßen als möglich und das Vernünftige so viel an uns einzuschmuggeln. Das muss man wenigstens versuchen und die Erbetterung wächst mit jeder Petition, die mit Protest abgewiesen wird. Das ist ja nun, wie wir dann aus dem Vorhergehen jetzt, eine Kritik an genau der Position, die wir bei Hirsch entdecken konnten, die ziemlich althegelianisch den christlichen Staat als mit den Juden kompatibel rechtfertigte. Möglicherweise ist das ja auch ein beschützender Juden vor ihren eigenen Illusionen. Jedenfalls in der Weimarer Republik und vor allem im Ersten Weltkrieg sich zu opfern für die Deutschen, die sie dann später umbringen sollten, war wohl nicht die beste Idee. Marx hatte in einer Weise das Judentum verspottet und verächtlich gemacht. Sei es als Religion, sei es als Lebensform, der Menschen manchmal freiwillig, manchmal aus Tradition, selten gezwungen, anhängen. Nun, wenn ohnehin die, wie zum Beispiel Adornos ausdrücken würde, glücklicherweise stets besser, also die Menschen glücklicherweise stets besser sind als ihre Kultur, dürften sie gar nicht verächtlich gemacht sich fühlen. Es sei denn, sie haben ein zwanghaftes Verhältnis zu ihrer Kultur. Denn das moderne Judentum ist ja durchaus durch die Aufklärung hindurchgegangen, wenn auch in der Aufklärung, wie wir es ja an Voltaire zum Beispiel erklärt hatten, Antiseptismus nichts Fremdes war. Die Judenemanzipation, was man damals noch Judenfrage nannte, war eben nicht das, was im Dritten Reich Judenfrage hieß. Führte auch dazu, dass die Juden nach einer Modernisierung ihrer Ethnizität suchten, die keinigwegs in der Religionisierung oder Konfessionalisierung des Judentums aufging. Marx hatte wohl eine andere Vorstellung, die Helmut Hirsch, das ist jetzt ein anderer Hirsch, nicht verwechselnd, folgendermaßen beschrieb, die sich der Abwehr von Aggressionen in Formen kollektiven Rückzugs entgegensetzte. Ich zitiere also diesen Helmut Hirsch, einen Aufsatz Karl Marx zur Judenfrage und zu Juden eine weiterführende Metakritik. Das ist ein interessanter Band für unsere Zusammenhänge. Auch Walter Grab, Jule Schöps sind die Herausgeber. Juden im Vormärz und der Revolution von 1848 erschienen und ist auf den Seiten 200. Also diese Schrift lohnt sich auch aus anderen Gründen. Aber ich zitiere also den Helmut Hirsch aus dieser Schrift. Der im Herbst 1843 von Rheinland nach Paris geflüchtete deutsche Beobachter wählt in zwei miteinander gekoppelten, Anfang 1844 publizierten Rezensionen zur sogenannten Judenfrage die theoretisch entgegensetzte Perspektive. Komplette Intrigierung der Betroffenen mit Hilfe internationaler Revolution im westlichen Kulturkreis. Vom Standpunkt des pragmatischen Politikers aus muss Marx Behandlung der Materie sich allerdings als dreifache Flucht darstellen. Erstens entzieht sie sich den damals in Europa herrschenden Zuständen regional, indem sie hauptsächlich auf amerikanische Verhältnisse eingeht. Zweitens vertröstet sie die in der Gegenwart Leidenden auf die Zukunft, wobei sie im Sinn von Alex de Tocqueville die USA als Vorbild der zukünftigen Entwicklung Europas ansieht. Drittens abstrahiert sie mit ihrer frühsozialistischen Methodik von der konkreten Situation, wenn auch ab und zu empirisch nachgewiesene Beispiele herangezogen werden. Hier ist dann auch noch die USA im Spiel, der Marx ja durchaus offen gegenüberstand. Er entnahm aber auch amerikanischen Quellen, dass die USA vorzugsweise das Land der Religiosität, wie Beaumont, Tocqueville und Hamilton aus einem Mund versichern, ist. Der Hinweis von Hirsch auf die Vereinigten Staaten erläutert eine weitere Motivation von Marx. Hamilton hatte formuliert über die USA, Mammon ist ihr Götze, der Schacher hat sich aller ihrer Gedanken bemächtigt. Oder Beaumont, der behauptet, das Geld ist der Gott der Vereinigten Staaten. Und über einen Pfarrer wird da gesagt, er hätte als Kaufmann angefangen, aber die Geschäfte gingen schlecht, sodass er einen Geistlichen aus sich gemacht habe. Solchen Schacher seien Marx zufolge die amerikanischen Christen einschließlich der christlichsten, deren Seelsorger verfallen. Da haben wir Parallelen zwischen Antiamerikanismus und Antisemitismus, die Dan Dinner dann später ja auch in einem Buch aufklären sollte. Hirsch, also der Helmut Hirsch, erklärt das in Anspielung zu einem Drei-Stufen-Witz, weil er in derselben Zeitschrift von Marx zur Judenfrage veröffentlichte, ein Karl-Judwig-Berneis über eigene Eulenspiegelei sich ausließ. Stufe 1 als uralte von Christen allgemein akzeptierte Prämisse. Der Jude betreibt Schacher. Stufe 2, übersprungen, das heißt lediglich gedacht, mit entsprechender Intonation. Der Jude betreibt Schacher. Stufe 3, aufgrund unverdächtiger nicht-jüdischer Zeugenaussagen. Schacher betreiben die mit sämtlichen Freiheiten versehenen Christen. Im November des gleichen Jahres kündigt Marx in Timos Friedrich Engels als Autor seines berühmten Werks über die englische Erbeiterklasse an, ich werde den Engländern ein schönes Sündenregister zusammenstellen. Ich klage die englische Bourgeoisie vor aller Welt, des Mordes, Raubes und allen übrigen Verbrechen in Masse an. Übrigens versteht es sich, dass ich den Sack schlage und den Esel meine, nämlich die deutsche Bourgeoisie. Marx, glauben wir, schlägt, ja zerfetzt, den jüdischen Sack. Meint jedoch den bürgerlichen Esel, vornehmlich die US-Bourgeoisie, ein weiteres Beispiel für die doppelte Buchführung, die sein geliebter Pariser Schicksalsgenosse Heinrich Heine vor einem Jahrzehnt beim Verbot der Schriften des jungen Deutschland eingeführt hat. Die spekulative Interpretation Hirschs der Marxschen Aus- und Umsteigestrategie ist ja, dass die Judenfrage zu einer Christenfrage umfunktioniert wird. Dr. Karl Heinrich Hermes, Leitartikler der Kölnischen Zeitung, soll ja den Einbruch in die reinen Oppositionelle Leserschaft durch die Rheinische Zeitung abdämmen und Marx bat alle Aufsätze von Hermes gegen das Judentum, ihm zuzuschicken. Das war also noch vor der Judenfrage, nicht? Nun, das ist ein weiterer Beleg, wenn Hermes durch dessen Artikel gegen das Judentum zum Schweigen gebracht werden soll, durch Marx, dann kann schlechterlich Marx selbst nicht gleichermaßen judengegnerisch auftreten wollen. Mit dem Artikel wurde es nichts. Aber aus dem Artikel gegen Hermes wurde dann stattdessen zur Judenfrage, also der Anti-Bauer. Eine Formulierung aus der heiligen Familie ist noch heranzuziehen, der ein wenig von diesen Sachverhalten beleuchtet, wo er sich mit Samuel Hirsch Kritik an Bruno Bauer auseinandersetzt. Das ist Online-Kapitel Judenfrage 1. Herr Bruno, der den Staat mit der Menschheit, die Menschenrichte mit den Menschen, die politische Emanziation mit der menschlichen verwechselte, musste sich notwendigerweise ein Staat von eigener Art, ein philosophisches Ideal von einem Staate, wenn auch nicht Denken, so doch einbilden. Hätte der Deklamator, Herr Hirsch, damit ist jetzt der Samuel wieder gemeint, lieber statt seinen anstrengenden Satz niederzuschreiben, meinen Beweis widerlegt, dass der christliche Staat, weil sein Lebensprinzip eine bestimmte Religion ist, den Anhängern einer anderen bestimmten Religion keine vollkommene Gleichartigkeit mit seinen Ständen zuzugestehen vermag. Hätte der Deklamator Hirsch wirklich den Beweis des Herrn Bruno widerlegt und wie in den deutsch-französischen Jahrbüchern geschehen ist, gezeigt, dass der Staat der Stände und des exklusiven Christentums nicht nur der unvollendete Staat, sondern der unvollendete christliche Staat sei, so hätte Herr Bruno geantwortet, wie er jener Widerlegung antwortet, Vorpfiffe sind in dieser Angelegenheit bedeutungslos. Gegen Herrn Brunos Satz, die Juden haben durch den Druck gegen die Springfedern der Geschichte den Gegendruck hervorgerufen, erinnert Herr Hirsch ganz richtig. So müsste sie also für die Bildung der Geschichte etwas gewesen sein und wenn Bauer dies selbst behaupte, so hätte er andererseits Unrecht zu behaupten, dass sie nichts für die Bildung der neueren Zeit beigetragen hätten. Herr Bruno antwortet, ein Dorn im Auge ist auch etwas, trägt er deshalb zur Entwicklung meines Gesichtssinns bei. Ein Dorn, so mag es jetzt wieder, der mir wie das Judentum der christlichen Welt von der Stunde der Geburt im Auge sitzen bleibt, mit ihm wächst und sich gestaltet, ist kein gewöhnlicher, sondern ein wunderbarer, ein zu meinem Auge höriger Dorn, der sogar zu einer höchst originellen Entwicklung meines Gesichtssinns beitragen musste. Der kritische Dorn spieß also nicht den deklamierenden Hirsch. Übrigens ist Herrn Bruno in der oben zitierten Kritik die Bedeutung des Judentums als für die Bildung der neueren Zeit enthüllt worden. Diese Passage passt ja zu dem, was der Helmut Hirsch als drei Stufen Witz abhandelte. Zerdürfte es nun, dass das Christentum auch jüdisch sei, weil von der merkantigen Gesellschaft ebenso bestimmt, keine Apologetik gegen Antisemitismusvorwürfe, weswegen ich das auch nicht dafür angeführt habe. Aber es wird manchmal so gehandhabt. Judenfrage 2 hatten wir schon hinsichtlich Rieser behandelt. Und die Nummer 3 behandelt noch mal die Verwechslung von menschlicher und politischer Emanzipation. Aber es ist ganz angebracht, um etwas vom Klima der Diskussion mitzubekommen, das noch mal zu Gemüte zu führen. Schließlich wissen wir, dass der Antisemitismus nicht nur der Vernunft entspringt, wie Hitlers Gegenüberstellung von Antisemitismus, des Gefühls und der Vernunft gutachtete in dem Brief an Gemmlich. Der Antisemitismus der Vernunft sollte in der Ausmordung der Juden resultieren, aber nicht so gefühlsmäßig und unordentlich wie ein Pogrom stattfinden. Aber das war ja nun 20. Jahrzehundert. Jetzt zurück, Herr Marx. Die absolute Kritik bleibt nicht dabei stehen, ihre eigentümliche Allmacht, die das Alte ebenso sehr eigentlich erst schafft, wie das Neue durch ihre Selbstbiografie zu beweisen. Sie bleibt nicht dabei stehen, die Apologie ihrer Vergangenheit höchst selbst zu schreiben. An dritte Person, an die übrige profane Welt, stellt sich jetzt die absolute Aufgabe, die Aufgabe, auf die es vielmehr nun ankommt, nämlich die Apologie der bauerschen Taten und Werke. Die deutsch-französischen Jahrbücher brachten eine Kritik von Herrn Bauers Judenfrage. Sein Grundirrtum, die Verwechslung der politischen mit der menschlichen Emanzipation, wurde aufgedeckt. Die alte Judenfrage wurde zwar nicht erst in ihre richtige Stellung gebracht, sondern die Judenfrage wurde in der Stellung behandelt und gelöst, welche die neuere Entwicklung den alten Zeitfragen gegeben hat und wodurch letztere eben aus Fragen der Vergangenheit zu Fragen der Gegenwart geworden sind. Im dritten Feldzug der absoluten Kritik soll wie es scheint den deutsch-französischen Jahrbüchern repliziert werden. Zunächst gesteht die absolute Kritik, in der Judenfrage wurde dasselbe versehen begangen, das menschliche und das politische Wesen identifiziert. Die Kritik bemerkt, dass es zu spät sein würde, wenn man die Kritik wegen der Stellung, die sie vor zwei Jahren noch zum Teil einnahm, einen Vorwurf machen wollte. Es kommt vielmehr darauf an, die Erklärung davon zu geben, dass die Kritik sogar politisieren musste. Vor zwei Jahren zählen wir nach der absoluten Zeitrechnung, nach der Geburt des kritischen Weltheilerns der Bauerschen Literaturzeitung. Der kritische Welterlöser wurde geboren anno 1843. In demselben Jahre erblickte die zweite vermehrte Ausgabe der Judenfrage das Licht der Welt. Die kritische Behandlung der Judenfrage in den 21 Bogen aus der Schweiz erschien noch später, in derselben Jahre 1843 Alten Stils. Nach dem Untergang der deutschen Jahrbücher und der Rheinischen Zeitung in derselben bedeutungsvollen Jahre 1843 Alten Stils oder Jahr 1 der kritischen Zeitrechnung erschien Herr Bauers fantastisch politische Schrift Staat, Religion und Partei, welche genau seine alten Erdtümer über das politische Wesen wiederholt. Der Apologet ist gezwungen, die Chronologie zu verfälschen. Die Erklärung, warum Herr Bauer sogar politisieren musste, gewährt nur unter gewissen Bedingungen ein allgemeines Interesse. Setzt man nämlich die Unfehlbarkeit, Reinheit und Absolutheit der kritischen Kritik als Grunddogma voraus, So verwandeln sich allerdings die Tatsachen, welche diesem Dogma widersprechen, in ebenso schwierige, denkwürdige, geheimnisvolle Rätsel, als es die scheinbar ungöttlichen Handlungen Gottes für den Theologen sind. Soweit noch Marx aus der heiligen Familie. Aber das ist so schön, das muss man dann noch ein bisschen erweitern. Eine Textstelle ist also dann noch nachzuholen, die durchaus nochmal belegt, dass Marx nicht einfach die politische Emanzipation der Juden für überflüssig hält. Man könnte ja bis heute, wo es einen jüdischen Staat endlich gibt, der wohl schwerlich kurzfristig überflüssig sein wird, auch auf die heutige Zeit münzen. Wenn gegen den antizionistischen Dreck, der auch in den Linken manchmal noch verbreitet wird, zu argumentieren ist, wird man auch auf Marx sich berufen können. So hieß es in demselben Abschnitt Judenfrage 3, was jetzt noch zum Schluss nochmal zu zitieren ist. Nun zur politischen Partie der Judenfrage. Die Juden wie die Christen sind in verschiedenen Staaten vollständig politisch emanzipiert. Die Juden und Christen sind weit davon entfernt, menschlich emanzipiert zu sein. Es muss also ein Unterschied zwischen der politischen und der menschlichen Emanzipation stattfinden. Das Wesen der politischen Emanzipation, das heißt des ausgebildeten modernen Staates, ist daher zu untersuchen. Die Staaten dagegen, welche den Juden noch nicht politisch emanzipieren können, sind wieder am vollendeten politischen Staat zu messen und als unentwickelte Staaten nachzuweisen. Das war der Standpunkt, von dem die politische Emanzipation der Juden zu behandeln war und in den deutsch-französischen Jahrbüchern behandelt ist. Herr Bauer verteidigt die Judenfrage der Kritik wie folgt. Zitat, den Juden wird gezeigt, dass sie über den Zustand, von dem sie Freiheit verlangten, in einer Illusion befangen waren. Herr Bauer hat die Illusion der deutschen Juden in einem Lande, wo kein politisches Gemeinwesen existiert, Teilnahme an dem politischen Gemeinwesen, wo nur politische Privilegien existieren, politische Rechte zu verlangen, allerdings gezeigt. Man hat dagegen Herrn Bauer gezeigt, dass er selbst nicht minder als die Juden über den deutschen politischen Zustand in Illusionen befangen war. Wir sehen, Marx ist hier schon wesentlich differenzierter und der Rekurs auf die Sozialisation Marxens hat ja auch gezeigt, anhand seines Vaters, der als Richter im napoleonisch reformierten Preußen wurde durch den Antisemitismus dieser Zeit, also wo diese Rüß und Friß und solche Leute, die selbst dann Hegel der antisemitischen Tendenzen hatte, doch auf einen besseren Pfad brachte. Das war denen eben halt dann doch zu grob. Das führt uns jetzt noch zu einer Problematik, die wir dann nächstes Mal dann natürlich erst abhandeln können, wie denn der Marx der Kritik der politischen Ökonomie das mit der Religion hält. Dies haben wir schon weitgehend antizipiert, als wir die Thesen von Meusch und Poston diskutierten. Aber das werden wir auch noch weiterhin tun tun müssen.